Hi Leute und Willkommen bei POL2, das ist mein nächstes Projekt, wie versprochen, ich mache den nächsten Teil weiter und ihr wisst schon in den letzten Part von dem Finale von Portland, 10 von einem Roboter gerettet und wir fahren jetzt an und den nächsten Teil rauszünden. Okay, wir fangen jetzt hier an, das ist die erste Kapitel, ja, also ich bin mir schon mal rauszütteln, wo wir erwartet, hier kommen zu müssen. Jetzt sollte man jetzt sowas so interessant, viel besser als die erste. Die erste war nun mal ein Test, mal eine Verarschung und zack. Guten Morgen, Ihr Überschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Average Science Testsubjekte ein regelmäßiges verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Okay. Ey, ey, ey. Ich glaube, es ist so laut. Zack. Sie hören jetzt einen Wasser. Wenn Sie den Wasser hören, sehen Sie zur Decke. Ich glaube, ich bin im Hotel. Gut. Sie hören jetzt einen Wasser. Wenn Sie den Wasser hören, sehen Sie auf den Boden. Auf den Boden. Gut. Auch mal nichts. Das ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Boah. Welche Alter? An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Okay, das ist Laufen. W ist weiterlaufen. S rückwärtslaufen. Und A ist rechts. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Rechts. Alles links. Okay. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Wasser. Wenn Sie in der Söhne bewundern, bewundern Sie die Kunst. Was ist das denn ein Alarm? Ist ja nötig. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die bewundern, wenn Sie die Bewunderung der Kunst nicht hinreichend stimuliert haben, gehen Sie auf Kunst, das klassische Musik. Was macht der hier? Ich mache die schöne Musik an. Oh ne. Das war's bloßes Hotel, oder? Da ist kein Bock mehr drauf. Ich will einfach nur pennen, bis ich wieder... So. Guten Morgen. Der Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9. Ach du Scheiße. Teil 1, die Höflichkeit zu besuchen. Ein Moment. Ach, das ist die selbe Mist. Ach du. Kannst du die Tür aufmachen? Das war ziemlich... Du? Ich dachte, es wäre ein Hotel. Geht's dir gut? Nein, beantwortet die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Ja, mir ist gut. Oh, was ist alles schon veraltet? Habe ich schon 100 Jahre geschlafen? Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Hä, sieht der volle Ruin aus, was? Was? Was geht denn hier ab? Boah. Wir fliegen. Hörst du mich? Hallo? Hallo? Ja, ich höre doch. Gibt mir nen Truck oder sonst gelanget. Noch ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Dass ich nicht aufstehen kann. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Spring heißt ja. Ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. 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 Da kann man nicht reden. Nur ich kann reden. Apfel. Und ich sag keine Apfel, du Opfer. Pull doch selber du. Okay, jetzt. Oh. Ach du. Ach du. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Oh. Die Reserveenergie ist ganz schön hoch. Und gar rum deckt das Hyperschlafzentrum. Kein altes. Testsubjekt mehr auf. Ja. Das ist ganz schön knifflig. Boah. Das hat natürlich keiner was frei. Warum auch? Ich bin ja unwichtig. Nein. Ah. Warum sollte man nicht auch informieren über den Zustand erzeugen oder was? Testsubjekte, die ich überwachen soll. Ja. Tja. Das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Das ist ja. Ist das noch Platz für mich? Ja, es kommt's. Bam. Okay. Ich muss mich konzentrieren. Oh. Okay. Aber rate mal, wie er schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannstirnen vorfindet. Ja, aber ich will nicht mal runterfallen und sterben wie der Abo glaubt. Ich will unbedingt hier raus. Hör zu, wir müssen uns unbedingt abstrechen. Das ist aber viel zu hoch. Ach du Scheiße. Es wird dich niemand fragen. Keine Angst. Aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du... Ach du Scheiße. Was denn ein riesen Chaos. Das hast du ganz schön gut gemacht. Nichts von wegen Tod und so. Ja, ja. Okay. Wir sind fast da. Okay. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Eine alte Test. Dann ist es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Okay. Ich bin bereit. Nein. Au. Aus. Geht das denn nochmal? Oh nein, nicht schon wieder. Au. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Wie den Achterbahn? Ach. Ach du Scheiße. Ach. So geschafft. Aber jetzt mal ehrlich. Du bist geistig nicht fit genug für diesen spießruten Lauf. Aber... Ich bin ja auch fit. Springen kannst du gut. Ja. Nut springen. Du bist ein guter Springer. Ja. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay. Und Hauptsache. Okay. Okay. Los geht's. Ja, okay ist ja gut. Ah. Au. Hallo und erneut willkommen im Apertion Science Energy Center. Ey, da kann ich noch erinnern. Hm. Das ist die erste Zeit, wo ich da angefangen habe. Außerhalb unserer Kontrolle, erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfalltestprotokolls müssen testen auch nicht unterordnen. Aber leider haben wir kein Fenster. Hehehe. Schön wär's. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Die Reihe durch geht's nicht. Ja. Was für Scheiße. Was für Scheiße. Drei. Zwei. Eins. Das kennt mir jeder. So. Die Note Test, dass wir auch noch Neues erleben wollen, ist, dass wir Würfel bekommen. Würfel durch die Platon. Aus durch die Würfel Platon und nicht gegen die Würfel werfen. So ist das. Und das neueste ist, wir können jetzt einen Würfel durch die Platon reinstellen. Was sowieso ist. Hm. Okay. Würfel und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notsituationen hilfreicher Ergebnisse. Das ist ganz einfach. Ah. So. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. So. Ich dachte bald wird alles zu quetschen. So. Glück ab. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Hm. Diesen Ausdruck kann ich zusehen an. Der erste Teil. So ist kommt nicht nur bei Cantibor. Ab nach unten. Warten. Ja und jetzt warten. Die erste Mems war so schon. Es war so ein genial. Ich dachte es sind Hotels, aber das ist was ganz alles außer das. Und jetzt habe ich einen Freund gefunden, der mir hilft. Ja. Und wir sehen jetzt den ersten Test. Und da steht ja, die Serfen muss man jetzt den Platz reinstellen. Na schön. Diesmal ist es anders. Statt Portal zu warten, können wir jetzt so ein Knöpfe drücken. Mach ich ja auch. So. Und jetzt gehen wir einfach rein. Hol mir die Würfel. Ah. Okay. Und jetzt noch ein Knöpchen, dass wir ab Platz vorn. Und noch einstellen können, dass wir auch Tür öffnen. Natürlich auch Tür öffnen können. So ist das. So. Und zack. Sie ist eröffnet durch. Die Tür ist wieder geöffnet. So. Ein Knopf genügt. So. Und jetzt gehe ich jetzt weiter. Ja. Ja. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unaufsichtig. Das sieht fast so aus in Ihres Details. Ah, diesmal ist das anders. Bevor Sie nach Abschluss der Test zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Okay. Alles klar. Sonst ist es in der Test. Jetzt mal warten. Kommt schon. So. Okay. Das ist ja noch zu arbeiten. Aber sind auch sehr gut aus. Nein. Mach's nochmal. Animal King take over. Nein. Ich vergebe dir. Der ist doch ein King ey. Der wird unser Präsident. Was ist denn? Haha. Okay. Zweiter Test. Gar nichts. Oh. Das ist das. Nein, ich will nicht sterben. Aber das gibt es nicht in diesem Test. Nein, nein. Oh, hi. Auf dem Podest, da müsste eine Portalkanone liegen. Oh, ja. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachstehen? Okay, ich such diesen Polgang. Das ist eigentlich mal anders schießen. Nein, nein. Schon okay. Schau dich ruhig um. Ja, ist doch gut. Ich such diese Porteln. Wo denn? Ja. Scheiße. Oh. Hallo. Siehst du die Portalkanone? Nein. Also ich sehe eine Pfeil. Das stimmt. Das ist vielleicht sogar noch weg. Ah. Weißt du was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst. Ah, da ist ein Podelgang. Ich warte eine Stunde. Ich komme nicht zurück. Und was du gleiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden. Also los 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 los. Gemäldekunst. Yeah. Im Podel. Ritt dein Leben. In der Schaas. Kriegen wir den Kuchen. Und die Würfel. Gehört uns. Das ist unsere Weidenschaft. Begleitung. Ja. Das ist unsere Wissenschaft. Unser Klanbus. Und der Terror. Nein. Tja. Und alle ist tot. Diese Tests waren so dramatisch. Tja. Das Ding von diesen Arbiturus Nines hat sich alles geändert. Zack. Mein erster Schuss für den zweiten Teil. So wie es weiter gehen soll. Sehen wir uns in den nächsten Part wieder. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Beim Podel 2. Ciao.